Doch er kam nicht wieder, kam nie zurück, blieb verschwunden. Junes hat's bis heut nicht überwunden, schloss sich dann dem Harem an. Dort lebt sie gut, doch irgendetwas fehlt ihr, wartet seit zwei Jahren nur auf Amir. Weiß nicht weiter, voller Wut und auf der Hut, ihr geht's nicht gut. Sie weiß nicht, was er tut, doch verliert nicht den Mut. In ihr schweht noch die Glut, sie gibt nicht auf, kämpft immer noch um ihn mit ihrem Herzblut. Amir, er war ein Held, geliebt von jedermann auf der Welt. Im ganzen Volk ein Mensch, der hier nicht zu ihm hält. Junes veränderte sein Leben, er war glücklich, man wusste, er hat Mitgefühl, war selbstlos und freundlich. Lilith war ihr Name, die erste Haremtsdame. Von Männern unterdrückt wurde sie ihr Leben lang die Arme. Sie schaht die Damen um sich und sie alle folgen mir. Versammeln mich in hier und rufen, jetzt kommen wir! Amir, wohin bist du nur? Amir, was ist bloß passiert? Wir zeigen euch, was hier geschah. Interfra, Interfra. Nun seid ihr mit uns und drin, doch versteht noch nicht den Sinn. Viele Namen sagen dir, Lilithune ist unter mir. Keine Angst weckt und besorgt, denn wir führen euch an den Ort. Die Show geht jetzt los, also passt gut auf! Aplausos WDR